Ein Weltstar aus Italien besucht uns heute Abend endlich wieder einmal. Er feierte mit seinen CDs immer wieder Top-Ten-Erfolge. In den Vereinigten Staaten genauso wie in Großbritannien. In Südafrika genauso wie in Australien. Er hat für den Papst gesungen und für den amerikanischen Präsidenten. Heute Abend singt er hier beim Adventsfest zum ersten Mal ein Lied von Rolf Zukowski. Und ich bin mir sicher, alle Kinder zu Hause können jetzt mitsingen. Und die Erwachsenen selbstverständlich auch. Viel Spaß mit den Winterkindern und Patrizio Buane. Winterkinder können stundenlang am Fenster stehen. Winterkinder in den Bergen oder an der See. Alle warten auf den ersten Schnee. Sie wollen nicht immer nur durch grauen Nebel schauen. Sie wollen lieber einen großen Schneemann bauen. Winterkinder können stundenlang am Fenster stehen. Und voll Ungeduld hinauf zum Himmel sehen. Winterkinder in den Bergen oder an der See. Alle warten auf den ersten Schnee. Sie träumen vom Schlitzschuhlaufen und der Rodelfahrt. Und davon endlich wieder Schuss ins Tal zu fahren. Winterkinder können stundenlang am Fenster stehen. Und voll Ungeduld hinauf zum Himmel sehen. Winterkinder in den Bergen oder an der See. Alle warten auf den ersten Schnee. Alle warten auf den ersten Schnee. Alle warten auf den ersten Schnee. Danke, Patrizio.